Heute mag ich etwas zur Partykultur, zur Psychonautik erzählen. Und zur Politik, wie man von der Prohibitionspolitik wegkommt und zur amtlichen Anerkennung, dass so, wie wir feiern, mit allen Zutaten als Weltkulturerbe geschützt wird und nicht von irgendwelchen Beamten verfolgt wird. Ich will zuerst einen kurzen historischen Abriss über die Entwicklung der Betäubungsmittelpolitik der letzten Jahre und die Auswirkungen aufzeigen. Dann werde ich den Denkfehler darin aufzeigen, etwas auf Partykultur, Psychonautik eingehen und dann einen Lösungsvorschlag darbieten. Anfangen tun wir mit Jubiläen. Dieses Jahr ist es 50 Jahre her, dass die Weltgesundheitsorganisation und die UNO vorangetrieben haben, dass es ein weltweites Übereinkommen gibt, um den Handel mit Betäubungsmittel zu regulieren. Das war eigentlich, das ist so der erste Versuch von Globalisierung, das heißt auch Entmündigung von Staaten, weil übergeordnete Gremien von der UNO das Sagen haben. Und in dieser Single Convention von 1961 gegen kapotische Drogen, da wurde Opium, die Derivate, Coca, Cannabis und eine weltweite Kontrolle gestellt. Das ist jetzt 50 Jahre her und es ist sehr erstaunlich, dass dieses Jubiläum, das die Basis der ganzen heutigen Druckpolitik ist, von der UNO nicht gefeiert wurde und von den Organisationen, die daran arbeiten, nicht gefeiert wurde und dass in den Medien kaum etwas davon steht. Und das hat damit zu tun, die Politik, die man damals plante, diese Drogenpolitik, diese Substanzkontrolle, dieses Repressionsmodell, das hat versagt und die Verursacher und die, die für die Politik einstehen, die merken das auch. Darum wollen sie jetzt nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Zehn Jahre später, 1971, wurde dann ein Zusatzprotokoll, das heißt die Konvention über psychotrope Substanzen, international beschlossen. Und der große Unterschied ist, in der Single Convention ging es nur um eigentlich suchterzeugende oder abhängigkeitsmachende Substanzen und bei diesem Zusatzprotokoll ging es auch um Stoffe, die keine Suchtkrankheiten nach sich ziehen, nämlich solche, die psychotrope Wirkungen haben. Man muss vielleicht erwähnen, Betäubungsmittel, das Fremdwort heißt Anästhetikum. Und der Betäubungsmittelarzt, der Narcosa-Arzt, das ist der Anästhesist. Und Anästhesie heißt, dass man nichts spürt. Und das heißt An, das ist Un, griechisch, und von Ästhesie, das ist die Ästhetik. Wenn man Ästhetik empfindet, dann empfindet man, dann verspürt man etwas. Und wenn ich zum Beispiel LSD nehme, dann nehme ich das, um mehr zu spüren. Also LSD ist zum Beispiel ein Ästhetikum und kein Anästhetikum. Nur dieser kleine Unterschied. Und bei diesen Psychotropensubstanzen ging es um LSD. Es ging um Mescalin, es ging um Psylozybien, es ging um DMT. Also vor allem LSD, Psylozybien, DMT, das sind Idolderivate. Die wirken ganz anders als die Amphetaminderivate. Und die wirken auch anders als Opiate oder als Kokain. Und das sind Stoffe, die die Wahrnehmung verändern, aber die eigentlich das Gräfig, das nach mehr Verlangen, nicht beinhalten. Die machen nach klinischen Studien nicht abhängig. Wobei man sagen muss, die Neigung ist bei den Substanzen gering, dass man sich abhängig macht. Die Droge per se macht gar nichts. Man muss erst einnehmen, bewusste Tätigkeit, damit sie in einem Wirkung entfalten kann. Aber wenn man sich abhängig macht, das ist eine eigene Entscheidung, hat eigentlich mit der Substanz nichts zu tun. Man kann sich auch von anderen Dingen abhängig machen. Es gibt Leute, die werden mit Schugge, wenn sie vergessen haben, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Haben dann eine Woche lang ein schlechtes Gewiss. Die sind abhängig vom Kirchgang. Oder andere Leute sind internetabhängig oder arbeitsabhängig oder was auch immer. Hier in Deutschland gibt es das sogenannte Betäubungsmittelgesetz. Das ist das Nachfolgegesetz vom Opiumgesetz. Und das war netterweise genau zu Weihnachten vor 40 Jahren wurde das im Bundesgesetzblatt gedruckt. Am 25. Dezember ist es dann in Kraft getreten. Das ist auch etwas Symbolisches. Man hat die Höchststrafe von drei auf zehn Jahren erhöht. Und man hat sonst allerlei verschärft. Das heißt, das ursprüngliche Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln, also das Opiumgesetz, hatte den Zweck, das auch zu regulieren. Das war vor allem nach den Kriegen. Viele verletzte Soldaten, die hatten Schmerzen. Die brauchten ihre Opiate. Man musste das regulieren und man musste dafür sorgen, dass überall genügend davon da war. Deswegen wurde da auch Buch geführt. Dann 1971 hat man den Spieß umgedreht und hat mit diesem Gesetz auch etwas anderes bewirkt. ein Kontrollinstrument ausgeweitet. 1982 haben wir das Gesetz noch neu geordnet, die Strafe dann nochmal erhöht. Auf 15 Jahre, also wenn man sich denkt, vom 24. Dezember 1971, Höchststrafe drei Jahre. 1. Januar 1982, 15 Jahre. Also in kurzer Zeit gleich mal den Faktor 5 hoch. Das wäre für Dielen oder für Handel? Ja, also einfach die Höchststrafe für die schlimmsten organisierte Kriminalität mit Großhandel und Ähnlichem. Hier haben wir mal eine Statistik, die sogenannten Tatverdächtigen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Verstöße gegen das Opiumgesetz und gegen das Bedeutungswidriggesetz. Und da sieht man bis 1965, 1966 ganz niedrige Säulen. Die Tatverdächtigen waren da pro Jahr deutlich unter 1.000. Das übrigens auch im Dritten Reich und auch in der Weimarer Republik gab es selten in einem Jahr mehr als 1.000 Tatverdächtige wegen Verstoß gegen das Opiumgesetz. Das war juristisch gesehen ein Randbereich. Und dann kamen 1967 die Studenten und die Hippies und Proteste gegen den Schah hier in Deutschland. Benno Oloson wurde in Berlin erschossen am 2. Juni, 1967. Da gab es Revolte an den Unis und da haben wir gesagt, das sind die Kiffer, das sind die Hippies. Wir müssen gegen Rauschgift vorgehen. Da kommt eine böse Rauschgiftwelle, die macht unsere ganze Kultur kaputt und wir müssen da eingreifen. Und bis 1972, 1971 hatten wir 23.000 Fälle. Das heißt, innerhalb weniger Jahre hat sich das vervielfacht und mehr als das 20-fache. Da sieht man, man hat das Betäubungsmittelgesetz instrumentalisiert, um Schüler und Studenten zu kontrollieren. Dann in den Jahren darauf ist es immer angestiegen. Hier steht eine Null. Da haben die Statistik in Deutschland geändert. Das war 1984. Aber man sieht, seitdem ist hier ein stetiger Anstieg. Dieser Anstieg setzt sich fort über die Jahre, Jahre 1990. Mitte der 90er Jahre, als Techno groß wurde, haben wir angefangen, um Open Airs herum lauter Polizeistationen via Grenzen zu machen. Drum, wo Techno und die Party-Szene wuchs, stiegen auch hier die Fälle. Und dann ist es interessant, hier haben wir 1998, da sind wir bei etwa 177.000 Tatbedächtigen. Und im Jahr 2004 hatten wir die Höchstzahl, nämlich weit über 230.000. Das ist die Zeit, wo Rot-Grün regiert hat, die also versprochen haben, wir versprechen grüne Landschaften und Wände in der Pro-Politik, SPD und Grüne. Und das sieht man, wo die an der Regierung war, im Stein nach oben. Schilly war dann Innenminister. Und nach Schilly kam Schäuble. Und so sehr ich auch gegen Schäuble demonstriert habe, wegen anderen Dingen, die Vorwachsdatenspeicherung, in Sachen Drogemache zurückhaltender. Seitdem die Merkel Kanzlerin ist, ist es zurückgegangen. Und zwar wirklich, ja, viele Jahre. Also, bevor man wählen geht, vor allem für die Berliner, guckt euch genau an, wie haben sich die Parteien und die einzelnen Akteure in den letzten Jahren so verhalten. Wir haben hier als nächstes eine Statistik, das sind die Delikte insgesamt von 1982, steigt auch hoch und dann geht es wieder runter. Und die unteren Kurve, das sind nur Cannabis-Delikte. Und das sind immer so die Mehrheit auf jeden Fall, auch die deutliche Mehrheit. Und da sieht man auch, ein Anstieg bei den Cannabis-Delikten bis 2004 und dann geht es wieder deutlich runter. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die sogenannten allgemeinen Verstöße. Allgemeine Verstöße sind konsumbezogene Delikte. Das heißt, wenn man etwas besitzt, eine kleine Menge, und die halt konsumieren will. Damit schädigt man keinen anderen. Das heißt, Fremdgefährdung ist nicht gegeben, wenn man selber ein Peace hat und das kaufen will. Darum heißt das in der Kriminalstatistik allgemeine Verstöße. Und das ist auch im Grunde genommen ein Verstoß, das sowas strafbar ist, gegen Artikel 4 der Menschenrechtserklärung von 1789 in Paris. Da heißt es, jeder Mensch hat das Recht, so zu genießen, wie er es für sich richtig hält, sein Leben zu genießen, solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt. Ist also, wenn jemand für sich genießt, gefährdet er keine anderen. Und darum gibt es eigentlich auch keinen Grund, das in einem modernen Rechtsstaat zu verbieten. Jetzt erzählen die Politiker immer, ja, wir wollen ja eigentlich nur die bösen Händler haben, aber die Konsumenten interessieren uns nicht. Doch wenn man bei allen Delikten schaut, wie der Prozentsatz an den konsumenten ist, dann sieht man, hier waren wir so bei 66 Prozent, sank danach etwas über 60 Prozent, stieg dann wieder an. Und in den letzten Jahren ist es deutlich über 70 Prozent. Das heißt, 70 Prozent aller Fälle, die die Polizei bearbeitet, betreffen nur den Eigenkonsum. Das ist viel Arbeit und viel davon wird wieder eingestellt, aber es füllt auch wie Papier. Die Drogenbeitragenden der Bundesregierung erzählen auch gern, die Drogenkonsumenten werden immer jünger. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie man hinschaut. Die untere blaue Kurve zeigt an, von 1966 bis 2010, der Prozentsatz, wie viele der polizeilich erwischten Leute waren unter 18 Jahre alt. Und da sieht man, von 1966 etwa 3 Prozent, 4 Prozent steigt es, wo das BTMG eingeführt wurde, auf über 30 Prozent. Genau, genau 30 Prozent. Und dann sagt es wieder. Das heißt, um die Statistik hochzutreiben und um Studenten und Schüler die Repression zu zeigen, haben wir intensiv Schüler, Lehrlinge kontrolliert und in die Kriminalmühle reingenommen. Und das war, um dieses olle neue Gesetz durchzubauen. Die obere Kurve zeigt an, wie viele waren unter 21 Jahre junge Erwachsene. Von 110 Prozent auf knapp 70 Prozent. Das heißt, als das neue Gesetz in Kraft gesetzt wurde, waren nur ungefähr 30 Prozent der erwischten Täter von der Polizei über 21 Jahre alt. Dann sagt die Kurve wieder deutlich, hier auf etwa 5 Prozent der unter 18-Jährigen, hier etwa auf 25 Prozent der unter 21-Jährigen. Und dann stiegen sie wieder. Nicht ganz so stark, aber das ist auch wieder das typische Kontrollieren in den 90er Jahren rund um die Partys. Händen die im Umfeld der Frankfurter Mörse kontrolliert in den Cocktailbars, denn sie haben die Ältere gefunden, weil die Großen. Aber die wollte man nicht stören. Gewirkt hat das gar nichts. Die Leute konsumieren, egal wie die Repression ist. Nur der Schaden fürs Volk und für die Allgemeinheit wird größer. Die Fehlannahme der UNO, als sie beschlossen hat, die Single Convention on Narcotic Drugs oder die Convention on Psychothrotic Substances durchzubaukeln, war die Annahme, dass Leute die psychotrop wirkende Substanzen, die also unsere Wahrnehmung verändern, die, wenn man die Welt anders sieht, aus verschiedenen Perspektiven, da ändert sich ja auch der Horizont, das Weltbild, es erweitert das Bewusstsein, das wollten die nicht. Ich habe gesagt, die Leute, die sind alle krank, die das machen wollen. Und darum macht das also die Weltgesundheitsorganisation und die Leute sind ja auch willensschwachs und die sind ja auch kriminell und die sind krank. Die UNO-Drogenpolitik, die UNO, das ist so das Gremium, wo die Staatschefs und die Botschafter der Staaten zusammenkommen und so Weltregierung spielen. Und für die Gesundheit ist die Weltgesundheitsorganisation zuständig und für Drogen gibt es dann drei Einrichtungen. Und das sind die über den CND, die Gautzen Narcotic Drugs, ich erkläre die drei unteren nachher noch ein bisschen genauer, der UN, UNODC, United Nations Office Drugs and Crime und INCB, International Narcotic Control Board. Also ein Oberklinium, das IMD, dann eins für Drugs and Drive, Drohung und Kriminalität. Und das INCB, das ist für den legalen Transport für Opiate, die in der Medizin gebraucht werden. Nun hat aber die Weltgesundheitsorganisation in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal Studien zurückgehalten, sei es über Cannabis, sei es über Kokain, weil in den Studien standen Dinge, das hat den Regierungschefs nicht gepasst. Und da haben sie gesagt, das darf nicht veröffentlicht werden. Die UNO hat auch die öffentliche Meinung manipuliert, das heißt sie hat nicht wissenschaftlich, sondern dogmatisch agiert. Und darum hat die Weltgesundheitsorganisation das Vertrauen in Sachen Drogenpolitik einfach verspielt. Das CNT, die oberste Drogenbehörde in der UNO, das ist die sogenannte Suchtstoffkommission, Commission on Argotic Drugs, die haben sich zum Beispiel bis zum Jahr 2008 beweigert, dass bei der Drogenverfolgung Menschenrechte beachtet werden müssen. Aber da war dann die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, da hat das ein 50-jähriges Jubiläum und da mussten die das dann sozusagen reinnehmen. Aber sehr widerwillig. Und die Protokolle der Sitzungen, die sind nicht die offiziellen, das ist alles mehr oder weniger geheim, aber bei vielen Sitzungen sind auch NGOs dabei, also Nichtregierungsorganisationen und die veröffentlichen im Netz, was eigentlich da geredet wird. Also die UNO und ihr Gremium informieren selber viel weniger als die Nichtregierungsorganisationen, die dann die Öffentlichkeit informieren, wie die einzelnen Staatsvertreter da überhaupt etwas gesagt haben. Das United Nations Office for Drug and Crime, Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das finde ich schon eine Diskriminierung für sich, das einen Drogengebraucher prinzipiell als kriminell bezeichnet, denn sie sind per se nicht kriminell. Irgendeine Pflanze zu konsumieren, um seine Wahrnehmung zu ändern, das ist nicht kriminell. Kriminell ist, würde ich das einem anderen einflösser, ohne dass er das weiß. Wie das macht, hat die US-Armee gemacht, um zu prüfen, wie LSD wird und Soldaten irgendwie dann LSD gegeben. Das ist in meinen Augen kriminell. Aber selber eine Substanz nehmen, das ist nicht kriminell. Ist übrigens in Deutschland auch nicht verboten. Der Konsum ist hierzulande nicht verboten. Nur die Vorbereitungshandlung dazu. Generell finde ich es eine bösartige Unterstellung von Diskriminierung, dass man den Verbrauch von Drogen per se kriminalisiert. Der IECB, sogenannte Suchtstoffkontrollrat, International Economic Control Board, der gibt jedes Jahr ein dickes Buch raus und kritisiert das Verhalten der Regierungen. Also die Schweiz, die Niederlande, aber auch Deutschland sind da oft lange in der Kritik, weil die machen so Sachen wie Fixerstoben und Heroinprogramme. Und das oberste Ziel ist ja eigentlich Abszidenz. Also auch die behindern im Grunde genommen vernünftige Maßnahmen. Die geben negative Berichte raus, das beeinflusst Politiker. Und in Deutschland in den 90er Jahren, da wurden nur Spritzenaustauschautomaten abmontiert und beschlagnahmt. Und erst 92 kamen auf die Idee, das Abgeben von Stelienspritzen hat in erster Linie den Effekt, dass Aids sich nicht so schnell ausbreitet oder Hepatitis C und andere übertragbare Krankheiten und dass das auch vernünftig ist, denen frische Spritzen zu geben. Das schadet für die Allgemeinheit geringer. Das nennt man Harm Reduction. Aber die haben Harm Reduction oft behindert. In der Politik wird auch immer erzählt, die Drogen, die seien so unglaublich gefährlich. Und da war, dass also Alkohol gefährlicher ist als Haschisch oder Gras, das weiß man seit 1898 rum, da waren die großen indischen Studien und da gab es immer wieder Studien, vor allem Alkohol und Haschisch und Alkohol und Marihuana. Und dann, die immer festgestellt haben, lief nichts für die Gesellschaft, für das Individuum, weniger gefährlich als wenn die Leute saufen. Aber die Politik hielt daran fest, Drogen sind schlimm und gefährlich und gehörend verboten. Und dann war Professor Bernard Rock, Ende der 90er Jahre, der für den Staatsminister in Frankreich für Gesundheit eine Studie gemacht hat über die Gefährlichkeit von Drogen und da kam auch raus, irgendwie Cannabis ist weniger gefährlich als Alkohol und die Medien taten so, als wäre das alles völlig neu. Und dann 2007, ja bitte? Beschäftigen sich denn manche der genannten Organisationen überhaupt mit dem Thema Alkohol? Nein. Ich mache die Sachen für die Alkoholprevention. Also in den internationalen Konventionen zur Drogenkontrolle ist Alkohol, ist Koffein oder ist Tabak nicht drin. Also davon wird nicht geredet. Jetzt hatten wir also in England, Professor David Nath, er war der höchste Regierungsberater der englischen Regierung, und ist ja noch eine Frage, ja? Ich habe noch nach fünf Minuten, die Gefährlichkeit von Drogen nachausch die Bemessung wohl war. Das erkläre ich jetzt gerade wie David Nath. Also es steht ja David Nath 2010 und der hat also in einer 2007, in einer ersten Studie so eine Rangfolge rausgegeben, die wurde zum Teil kritisiert, zum Teil hochgelobt, da hat er mit weiteren Professoren eine Evaluierung gemacht und weitere Kriterien und es wurde gemessen anhand sozialer, anhand kognitiver, anhand der Befindlichkeit, anhand der Gesundheit, anhand der Kriminalität, also ganz verschiedene Kriterien zusammengestellt, wann bewirkt der Gebrauch einer psychotropwirkenden Substanz einen Schaden für das Individuum oder für die Gesellschaft. Und da zeigt sich also, Alkohol kriegt 72 von maximal 100 Punkten. Also wenn man als sehr gefährlich 100 Punkte einsetzt und dann eine Skala und das alles schön gewichtet, dann ist also Alkohol auf Platz des Gefährlichsten, wo man dazu immer sagen muss, es hat auch damit zu tun, wie die Gesellschaft umgeht. Denn ich wiederhole, die Droge selbst tut ja eigentlich nichts. Es geht immer auch darauf an, wie man damit umgeht. Wie man sie konsumiert. Und da setzt man dann die Kultur dazu. Oder Lyriac gesagt, Drug, Set and Setting. Dass also eine Droge auch ungefährlich ist, hat nicht nur mit der Substanz, sondern eben auch mit dem Set und Setting zu tun. Oder die Kultur, die mit der Droge weitergegeben wird. Irgendwie zeigt es jetzt hier, wo geht das Zweite an, aber ich habe die so eigenermaßen im Kopf. Hier kommt dann danach Empomin, dann kommt hier Prack. Und dann ist Methamphetamin und Kokain mit Moduloid. Aber da sieht man, das ist schon... Also Kokain-Schlupfen ist weniger als allzu gefährlich für die Gesellschaft oder für das Individuum, wie wenn man sauft. Und ganz hinten, das ist interessant, Excel, sie hat also nur neun Punkte und die sieben, das ist LSD. Und der letzte, die sechs Punkte, das sind die Zauberpilze. Also nach der Untersuchung sind also LSD und Zauberpilze, das Risiko, dass man Schaden nimmt oder jemandem zu Schaden zufügt, ganz zehnmal geringer als beim Alp. An welcher Stelle ist Cannabis? Wie? Cannabis, was? Cannabis? Nein, nein, Cannabis ist da so weiter... Ich glaube, die Zwanzigke ist, glaube ich, Cannabis in diesem Bereich da. Vor GAP. Also dreimal weniger gefährlich zu kippen als Alkohol. Wie können denn die Studien zu sagen? Also ist das jetzt, weißt du, wie rechtlich wurde, wenn man jetzt nur nach Kodensfällen produziert wird, ist klar, dass mit Alkohol mehr kommt, weil einfach viel mehr als Alkohol kippt und dann hätte es viel zu genossen werden. Oder ist das jetzt... Es ist immer in Relation zur Anzahl der Personen, die das auch nehmen und in Relation zum Schaden. Also der Lancet, das ist so eine englische Zeitung für Naturwissenschaften, die haben einen nachseitigen Skript von der Studie online, die kann man sich gratis holen. Drogen, Genuss, Kultur. Drogenleben ist in erster Linie ein Genuss. Man hört die Musik intensiver, man sieht die Farben intensiver, man hat andere Assoziationen, man kann ekstatischer tanzen, man kann besser ficken oder was auch immer. Aber Drogen nimmt man vornehmlich entweder zum Genuss oder zur Bewusstseinserweiterung, zur Wahrnehmungsintensivierung und das ist ja auch wieder ein Genuss. Und für den Drogenkulturgenuss oder Drogengenusskultur braucht es Drogenmündigkeit. Man muss über Drogen etwas wissen und man muss lernen, damit umzugehen. Und das hat etwas mit Bildung oder, man sagt auch, Erziehung zu tun. Man muss auch wissen, wie Drogen wirken, je mehr man darüber weiß, wissenschaftlich gesehen, umso eher ist man in der Lage, gewisse Kombinationen von Drogen auch zu analysieren, ob das gut kommt oder nicht gut kommt. Das ist eine Wissenschaft. Und dann Set and Setting, das ist der kulturelle Rahmen, in dem man die Drogen einnimmt. Die Rituale, beim Champagner, Sektgläser und man stoßt an und lächelt sich zu und dann trinkt man die Schnäpse an andere Gläserformen und rutscht runter. So gibt es wie verschiedene Gelegenheiten verschiedene Einnahmenformen. Und bei stark Psychotropensubstanzen, wie LSD oder wie Zauberpilze, da spielt Set und Setting. Set, die persönliche Befindlichkeit und die Erwartungshaltung. Und Setting, die Umgebung, in der man sich befindet, die Leute, mit denen man zusammen ist, auch die Person vielleicht, von der man die Droge gekriegt hat, die spielen da eine große Rolle. Und Drogenrituale, diese Rituale, die müssen weitergegeben werden können. Und zur Zeit kann man das nur in der Illegalität. Ein Lehrer oder ein Professor kann nicht mit den Schülern praktische Übungen machen in Psychologie. Und das liegt am Verbot durch UNO-Weltgesundheitsorganisation und so. Doch für Bildung, Wissenschaft und Kultur gibt es bei der UNO eine andere Organisation. Das ist die UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Und diese UNESCO, die sich um PISA-Studien kümmert und die sich um Universitätstitel, wie gesagt, der Welt gleich, und um schulische Leistung und Ähnliches kümmert, eben um Bildung, Wissenschaft, Kultur. Nur, die haben so internationale Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und des Naturerbes der Welt. UNESCO-Welterbe, gibt es so eine Dresden, in Dresden so eine Brücke, da wird da viel drum gestritten. Oder auch in St. Goa geht es um eine Brücke, ob das dann Weltkulturerbe bleiben kann. So ist Berlin, die Museumsinsel, ist ein Weltkulturerbe. Aber es gibt auch Naturerbe. Nationalparks, bestimmte Berge oder Wattenmeer. Das ist dann ein Naturerbe, das auch geschützt wird durch die UNESCO. Aber geschützt werden müssen auch zum Beispiel Pflanzen und Samen vom Hanf, auch von den Hochprozentigen. Man darf Pflanzen nicht einfach verbieten. Das ist ein kulturelles Erbe. Ein kulturelles Erbe gehört geschützt. Oder Kakteen, das ist ein Pedro, P.J. Da kommt Mescalin, produzieren diese Kakteen. Das gibt Ländereisten, Anbau und Besitz verboten. Ja, man kann doch nicht einfach Platzen verbieten, vor allem wenn sie seit Jahrtausenden irgendwie kulturell integriert sind. Kuckastrauch oder die Winde mit DMT drin. Pilze, Sporen und Mycenae in Deutschland steht das unter einem Betäubungsmittelgesetz. Obwohl in Mycenae überhaupt kein Betäubungsmittel drin ist. Aber man könnte ja welches draus machen. Diese Pflanzen gehören geschützt und nicht vernichtet mit irgendwelchen chemischen Kraftstoffen. Und es gibt auch ein Übereinkommen zum immateriellen Kulturerbe. Immaterielles Weltkulturerbe, das sind Traditionen. Zum Beispiel der Tango hat es geschafft, immaterielles Weltkulturerbe zu werden. Oder auch der Sufitanz hat es geschafft, immaterielles Weltkulturerbe zu werden. Aber die Hanfkultur, die es viel länger gibt, Sadhus, die Chilons rauchen, das sind alte Traditionen, da kann man nicht die Polizei schicken, die Sadhus. Das ist eine Tradition, das ist eine Kultur, die gehört geschützt. Oder die Riten der Psychonautik. Ayahuasca in Südamerika. Oder die Mescalinpfade. Das sind uralte Traditionen. Da ist ein unglaubliches Wiss dahinter. Die sind dann Busch rumgelaufen und haben gemerkt, wenn ich die Pflanze allein esse oder von der Pflanze allein esse, dann merke ich praktisch nichts. Aber wenn ich die zusammenrühre, dann auf einmal, boom, bin ich in einer anderen Dimension. So etwas zu spüren, da braucht es ein tiefes Verständnis für die Natur und für die Pflanzen. Dieses Verständnis muss weitergegeben werden. Das ist ein Weltkulturerbe. Und dann unsere Partykultur. Mit Tanz, Ekstase und anderen Lustbarkeiten zur Erhöhung der Lebensfreude. Goa zum Beispiel ist eine Weltkultur. Ob man in Japan oder Australien, in Indien oder in Europa, in den USA, Südamerika auf eine Goa-Party geht, man sieht einen einheitlichen Stil an Deko, einen einheitlichen Stil an Musik. Ist oft vegan. Manchmal sogar irgendwie sehr speziell ritualisiert. Das ist eine Kultur, eine lebendige Kultur. Und dann braucht es keine Sonderkommissionen der Polizei, weil im Rahmen von Goa-Festivals geht es meistens sehr fristlich zu, sondern da braucht es einen Schutz. Offenbar der UNESCO, damit dieser Freiraum, wo man auch psychedelische Erfahrungen machen kann, geschützt wird. Das ist eine ganz klare politische Wort. Man redet so viel vom War on Drugs. Das habe ich in Amsterdam an der Brücke mal gelesen, schon viele Jahre her. Die Antwort auf den War on Drugs. Make drugs not war. Die Hippies haben gesagt, make love not war. Das ist wirklich the War on Drugs, der zerstört Gesellschaften, sieht man in Mexiko zur Zeit. Aber wenn man kultiviert, Drogen zusammennimmt, dann wachsen Menschen zusammen, weil sie erleben gemeinsame, außergewöhnliche Bewusstseinszustände. Das verbindet, das ist sozialisierend. Ja, bitte. Das ist mehr Kontakt zu diesen MAPS-Leuten, die sich ja, kennst du MAPS? Ja. Die sind ja gerade mal wieder versucht, die Steuerschiene irgendwie so, die Legalisierung zu erreichen. Da komme ich gleich auf die Steuerschiene. Drogen machen abhängig. Es gab früher mal eine Kampagne, keine macht den Drogen. Das war pädagogisch den größten Blödsinn, den man machen kann. Du bist nicht verantwortlich. Die bösen Drogen sind verantwortlich. Das ist so wie die Astrologie-Gläubige. Oh, mein Mann, so mein Uranus, die stehen im Quadrat oder Saturn genau in der Winkelhalbierenden. Oh, da darf ich nicht auf die Straße gehen. Ja, da sind die Sterne verantwortlich nicht mehr. Man selbst. Und das Abschieben von Verantwortung, das ist Schuld, das ist Schuld, das ist Schuld. Das ist pädagogisches Günstler. Mit wir, so wie wir sind, wir sind ein Teil dieses Universums. Und zwischen uns und dem Universum ist nichts, weil wir ein Teil davon sind. Und wenn wir gut drauf sind, dann wissen wir, wir füllen schon mal einen Teil des Universums mit gut drauf sein. Und selber kommt man zur Weltanschauung durch Weltanschauung. In Büchern steht immer nur das, was andere gesehen haben. In guten Büchern steht auch, wie man vielleicht genauer oder besser schauen kann. Wer differenziert wahrnehmen kann, und dazu helfen zum Beispiel Indolverbindungen wie LSD oder Psychozygien, differenziert wahrnehmen. Da sieht man Sachen, die haben wir vorher nie gesehen, obwohl sie immer da waren. Dieses differenzierte Wahrnehmen erhöht auch den Lebensgenuss. Wenn man einen Weinkenner, der Unterschiede kennt zwischen Weinsorten, kann einen guten Wein noch ganz anders genießen als jemand, der sonst nur den billigsten Puzzle trinkt. Das ist immer auch eine Kultur dabei. Und wenn man sich also abhängig macht, nicht abhängig macht man sich, wenn man nicht befriedigt ist. Und nicht befriedigt ist, wenn man nicht genießen kann. Wenn man also genießen kann, z.B. ein gutes Essen, dann ist man nach dem Essen saatt, zufrieden. Und wenn man eine Droge genießen kann, also vor der Einnahme der Droge so viel darüber erfahren hat, und z.B. so stimmen, dass es wirklich ein Genuss ist, dann ist die Gier danach noch was zu nehmen. Bei weitem nicht so groß, wie wenn man vielleicht eine Broschüre von irgendeiner Drogenberatung den Nahrtschlag befolgt hat, nimmt nur eine halbe Pille, und dann sind die Freunde, die das Ganze genommen haben, alles super drauf, und man selbst ist in so einem ollen Schwebe-Zwischenzustand. Das heißt, wenn man die halbe Pille genommen hat, kann vielleicht eine Initialerfahrung machen, ich brauche mehr, weil die anderen waren ja alle gut drauf, aber bei mir und die zweite Halbe, das hat dann auch nicht gewirkt. Das heißt, weniger nehmen ist nicht unbedingt besser, sondern die richtige Dosis nehmen, darauf kommt es an. Und wenn man genießen kann, dann ist die Gefahr recht gering, dass man sich abhängig macht. Und dann ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist nicht Abstinenz, wie auch die Drogenbeauftragten immer wieder erzählen, andere, sondern Drogenautonomie, selbstbestimmt. Nicht autonom, das ist so in der Springerpresse negativ besetzt. Autonom ist für mich sehr positiv besetzt. Selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt, nicht heteronorm. Und die Betäubungsmittelpolitik macht heute eine Fremdbestimmung. Aber wenn jemand mündig entscheidet, gerade in so essenzieller Fragen über Wahrnehmungsveränderungen, über die eigene Befindlichkeit, diese Entscheidung muss man selber treffen können. Und darf man nicht den Aktionären von ein paar Pharmakonzernen überlassen. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern die Art, wie wir sie einnehmen. Es geht also immer auch Set und Setting. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen und man muss selber auch offen und bereit sein. Dass die Drogenpolitik gescheitert ist, haben 1998, da war so eine große UNO-Konferenz, der UNO-Generalsekretär, und zwar der frühere, also da war er schon nicht mehr, Javier Pérez de Puella, mit etwa 500 anderen bekannten Persönlichkeiten wie frühere Staatspräsidenten, Professoren, Journalisten, Nobelpreisträger. In einer Erklärung für eine Konferenz in Wien festgestellt, wir glauben, dass der weltweite Krieg gegen Drogen derzeit mehr Schaden anrichtet, als der Drogenmissbrauch selbst. Die Fortsetzung unserer aktuellen Politik wird nur zu mehr Drogenmissbrauch, mehr Macht für Drogenmärkte und Kriminelle, mehr Krankheit und Leid führen. Im Juli 2011 ist der nächste frühere UNO-Generalsekretär zur Erkenntnis gekommen, die Drogenpolitik, das ist der falsche Weg. UNO-Ex-Generalsekretär Kofi Annan mit einer 19-könchlichen Kommission, auch wieder mehrere frühere Staatspräsidenten und unter anderem die frühere Drogenbeauftragte in Deutschland, die Marion Gaspers Merck, man erinnert sich vielleicht, in der Szene hieß sie, dass Gaspers Merck nix, die ist auch Lerfeld gewesen. Wenn man guckt, was sie damals so alles erzählte, heute geht ihre Dame her und sagt, stoppt die Prohibitionspolitik. It ain't the criminalization. Hört auf mit der Kriminalisierung, marginalization, mit der Ausgrenzung, entstigmatization, mit der Stigmatisierung von Leuten. Drogengenusskultur, das Wort Drogengenuss oder das Umgekehrte Genuss-Drogen, Genusskultur, Kulturgenuss, Drogenkultur, das sind Worte, mit denen kann man spielen. Drogenkulturgenuss und Drogengenusskultur in dieser Ambivalenz ist so, in diesem Rahmen informieren wir auf der Seite eben Drogenkult.net über den nichtmedizinischen Gebrauch, das heißt so viel wie den hedonistischen Gebrauch, Psychotrop wirkender Substanzen, über Mischkonsum, und zwar rein für die Gebraucher geschrieben. Wie wird es, was kann man miteinander mischen, wo sind die Erfahrungswerte, dass es zu viel wird, was muss ich bei Set und Setting beachten. Also es geht um Drogenwissen, Drogenkompetenz und Drogenmündigkeit. Auf der Handparade haben wir dieses Jahr ein Thema gewählt, 40 Jahre sind genug, BTMG ade. Das heißt, genau das Gleiche mit Jubiläum, es wird nicht gefeiert, aber es ist genug mit den 40 Jahren. Der Grundfehler ist die falsche Annahme, Drogengebraucher sein kann. Drum weg mit diesem ollen Gesetz. Das richtet mehr Schaden als Nutzen an. Übertragt das Wissenschaft, Bildung und Kultur raus aus der Depression. Wer im Internet handparade.de eingibt, findet zu diesem Thema zu Recht und Ethik Texte zu Freiheitsgedanken über das Recht das Demonstrieren, über die Entwicklung des Betäubungsmittelgesetzes mit vielen statistischen Daten und wir demonstrieren für die Freiheit, die Druck zu konsumieren, die wir wollen. Von der Handparade sind wir kritisiert worden, unter anderem vom Forum Handburg in Hamburg, weil wir auch für die Legalisierung von LSD, Pilzen und Ähnlichem sind. Der Denkfehler ist essentiell. Nicht substantistisch einige rausnehmen und die anderen drin lassen. Die Freiheit ist nicht von der Substanz abhängig, sondern die Entscheidungsfreiheit muss bei jedem selbst sein. Das ist das zentrale Thema. Wer uns unterstützen will, jeden Dienstag ab 19 Uhr im Hanfmuseum treffen wir uns. Und dann gibt es noch einen neuen Verein in Berlin, Elektrokult e.V. Und in der Satzung da drin heißt es Paragraf 2 Buchstabe i Unterstützung, Förderung und Durchsetzung der elektronischen Musik- und Limpfskultur zur Aufnahme als immaterielles Weltkulturerbe bei der UNESCO. Also was sie haben verrate, in erster Linie via Substanz und für die Leute, die sich mit Substanzen beschäftigen, zum Kulturerbe, die Leute aufmerksam machen und ein morphogenetisches Feld schaffen, das groß genug wird, dass man das durchsetzen kann. Und bei Elektrokult ist es das Musikalische, die Art zu feiern, weil das ist auch eine Weltkultur. Da ist also so Motte maßgeblich auch engagiert bei Elektrokult und viele Clubbetreiber, DJs, also einfach Leute, die in der Szene aktiv sind. Elektrokult wurde auch so als Gegenstück zur Club Commission gegründet. Die Club Commission kümmern sich eigentlich nur um Pekuniäre und ja finanzielle Angelegenheiten und Sicherheitsfragen zum Teil noch. Aber um Kultur, also wir haben zehn Jahre Club Commission, erlebt hat, die Party, das war kein Aushängeschild der Berliner Partykultur. Und da ist Elektrokult einfach uns zu zeigen, man kann auch richtig kultiviert und gut feiern. zum Abschluss noch ein paar Infos im Netz. Also die ganzen Bilder, die hier gesehen wurden und auch, was ich so sage, wird man auch ZDV sehen können. Fangen wir oben an. Handelsjournal, das berichtet, das gibt es so in Headshops gratis und im Netz, kann man auch abonnieren, aber so das Porto zahlen. Das berichtet über Drogenpolitik, über Gesundheit, das sind bekannte, gute Autoren, die da Monat für Monat Politik, Wissenschaft, Kultur, alles um die Pflanze Hanf, Grohin, Anbau, gibt da für Grohin noch extra Ausgaben und für die Hanfparade gibt es dann auch eine extra Ausgabe. Da findet man viele Informationen. Wie schon erwähnt auf der Seite der Hanfparade dann das Hanfmuseum in Berlin, die Geschichte der Pflanze Hanf, da kann man ja nicht nur psychotrop wirkende, sondern auch normale Speisen herstellen, Papier, Baumaterialien, Stoffe, Seile, also der Hanf ist vielseitig, sehr nützlich zu gebrauchen, eine uralte Kulturpflanze, wer mehr davon wissen will, kann ja mal das Hanfmuseum besuchen, auch im Internet gibt es viele Infos und wie gesagt, im Hanfmuseum treffen wir uns regelmäßig und da kann man noch viel mehr erfahren, zur Hanfkrabade, zu Drogenpolitik, zu aktuellen Dingen. Und da gibt es die Hanfplantage, das macht der Tribbel, der hat gestern hier schon über Psi TV berichtet, die Hanfplantage, das sind vor allem Texte aus englischen Nachrichten, vor allem was über verschiedene Newsletters, Gerichtsurteile, UNO-Beschlüsse, aber auch Geschichten aus Deutschland, alles was so ein bisschen schräg und komisch ist, bei der Drogenpolitik, da Recherchiertribbel belästigt dann die Bundesregierung, wenn die also auf eine normale Anfrage nicht reagieren, dann kann man ja immer noch irgendwie über Informationsfreiheitsgesetz probieren und so die nötigen bestimmte Infos rauszugeben, über solche Dinge erfährt man viel auf der Handplantage. Dann CTV, da wird man diesen Vortrag hier zum Beispiel später angucken können, anhören können, da sind vor allem Leute, die sich mit Psychonautik, mit der psychedelischen Kultur, mit Party und Ähnlichem beschäftigen, ihre Vorträge, Podiumsdiskussionen von Kongressen und Ähnliches dokumentiert, also wer nicht so gerne liest und im Sessel sitzt und sich das anhört, dem sei CTV empfohlen. Elektro-Kult erwähnte ich schon, Drogenkult nicht auch und die unterste Usual Red Art, das ist der Steffen Geier, der eigentlich heute um fünf hier hätte oder um sieben hätte reden sollen, aber irgendwie ist er nicht gekommen. Wie dem auch sei, Usual Red Art, da gibt es zum Beispiel Tagesrausch, immer wieder mal aktuelle Interviews zu Drogenpolitik oder zu neuen gesetzlichen Regelungen oder zum Verhalten auf Demonstrationen gegenüber der Polizei, was sie darf und was sie nicht darf und Ähnliches mehr. Ja, in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.